Schön, dass du mitmachen und Teil von 24 Stunden Bayern werden willst. Es ist ganz einfach. Filme für uns deine Momentaufnahme, deinen Tag, deinen 3. Juni. Was du uns zeigen möchtest, entscheidest du. Hier die wichtigsten Regeln. Du musst über 18 Jahre alt sein. Mach am Anfang deines Films ein kurzes Selfie-Video, in dem du Name, Ort und Uhrzeit nennst. Bitte im Querformat filmen. Achtung! In deinem Video darf keine Musik zu hören sein, an der du nicht die Rechte hast. Also kein Radio und keine Musik aus dem Club. Jede Person, die auf deinen Aufnahmen zu sehen ist, muss damit einverstanden sein, veröffentlicht zu werden. Und deine Aufnahmen dürfen nur aus diesem Zeitraum stammen. 3. Juni, 6 Uhr früh bis 4. Juni, 6 Uhr früh. Lade deinen Beitrag bis spätestens 5. Juni 2016 hoch. Über die BR24-App oder auf 24stundenbayern.de Am besten nutzt du dafür WLAN. Das ist billiger und der Upload ist stabiler. Alle wichtigen Infos zum Projekt findest du auch auf unserer Website. Oder in der BR24-App. Wir freuen uns auf deine Momentaufnahme. und Aufnahme.